Eine der Produktstärken des Renaud Talisman sind seine harmonischen Proportionen. Er ist 4,85 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,46 Meter hoch. Das nach hinten abfallende Dach verleiht dem Fahrzeug fließende sportliche Linien. Der lange Radstand von 2,81 Meter vermittelt Dynamik und schafft Raum im Fahrzeuginneren. In den großen Radkästen drehen sich 18 oder 19 Zoll große Leichtmetallräder. Chromeinfassungen um die seitlichen Scheiben unterstreichen den qualitativ hochwertigen Eindruck dieser eleganten Coupé-Limousine. Die ausdrucksstarke Frontpartie des Renaud Talisman zeigt unverkennbar das Renault-Markengesicht. Seine C-förmigen LED-Tagfahrleuchten geben der Fahrzeugfront eine unverwechselbare Lichtsignatur. Die schmalen, nach innen gezogenen Schlussleuchten führen dieses klar wiedererkennbare Design fort. Das Fahrzeuggewicht und die eingesetzte Aerodynamik zahlreicher Fahrzeugbauteile sind auf die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs ausgelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017